hr info das interview mit mariella melko war es klingt zunächst mal verlockend jeden monat 1000 euro bekommen ohne dafür etwas leisten zu müssen absolut bedingungslos michael bohmeyer ist gründer der initiative mein grundeinkommen und er ermöglicht anderen genau das er sammelt per crowdfunding im internet spenden und verlost das geld in form eines grundeinkommens ein jahr lang jeden monat 1000 euro pro kopf über 200 gewinner gibt es bereits doch das bedingungslose grundeinkommen ist umstritten michael bohmeyer will herausfinden wie verändert es menschen und ihr leben und könnte die gesellschaft sozial gerechter werden durch grundeinkommen für alle darüber spreche ich jetzt mit michael bohmeyer in hr info das interview herr bohmeyer was macht für sie ein gutes leben aus starke frage ich glaube dass man sich entwickeln kann welche rolle spielt geld dabei die abwesenheit von geld spielt dabei eine große rolle warum man sich nicht entwickeln kann also ganz simple zusammenhänge wie menschen die weniger geld haben haben eine kürzere lebenserwartung sind wohl ganz offensichtlich und andere sachen sind aber vielleicht weniger offensichtlich zum beispiel wenn in einer familie immer geld da war dann ist das einfach nicht so ein großes thema zum beispiel am armbotstisch dann entsteht ja nicht so ein gefühl von mangel wie es in vielen familien tut sondern eher so ein gefühl von vielleicht kann man es fülle nennen und das gibt so ein selbstbewusstsein so ein selbstvertrauen und so einen spielerischen umgang mit welt der natürlich später in der schule arbeitsleben aber selbst in beziehungen total privilegiert weil ich einfach nicht so viel sorge habe was zu verlieren ja sie wollten ja ursprünglich mal internet millionär werden habe ich gelesen das fand ich auch sehr interessant oder stimmt gar nicht ich wollte nie internet millionär werden nee ich hatte immer lust dinge auszuprobieren und zu verstehen mich haben einfach immer hat interessiert wie dinge funktionieren und mich hat früh das internet fasziniert und dann habe ich angefangen mir programmieren beizubringen schon mit 16 ja also mit 16 da konnte ich es schon da habe ich mich schon selbstständig damit gemacht ich hatte einfach lust das als meinen beruf zu machen jetzt reden wir erst mal über ihr gemeinnütziges start-up-projekt mein grundeinkommen heißt es das haben sie vor vier jahren gestartet und sie verlosen da jeden monat grundeinkommen in höhe von 1000 euro pro gewinner und das ein jahr lang das geld dafür sammeln sie per crowdfunding und das kuriose daran ist es haben schon so viele menschen geld gespendet dass sie weit über 200 grundeinkommen bislang verlosen konnten das finde ich wirklich unglaublich warum glauben sie funktioniert das was bewegt die leute dazu geld zu spenden damit andere davon ein grundeinkommen haben ich glaube es gibt ein tiefes bedürfnis in der bevölkerung nach veränderung wie unser leben organisiert ist viele leute sind einfach überfordert mit diesen sich rasant umbrechenden zeiten der digitalisierung mit wegfall von klassischen familienmodellen mit wegfall von alten gewissheiten und sicherheiten und zum beispiel auch zukunftsängsten und ich glaube das grundeinkommen ist ein schöner ausdruck davon weil es ein besseres leben verspricht und zwar dass die ersten 1000 euro einfach garantiert sind das ist irgendwie so verlockend da drin steckt die idee von zeitwohlstand und zeitsouveränität dass ich ein bisschen mehr über mein leben bestimmen kann dass ich ein bisschen aus dem hamsterrad rauskomme ein drittel der bevölkerung sind burnout gefährdet und das kommt nicht unbedingt durch die vielen arbeitsstunden sondern durch diesen subtilen stress den diese gesellschaft die ganze zeit vermittelt und grundeinkommen verspricht ein ausweg zu sein und deswegen haben da viele menschen hoffnung und geben dann auch ihr geld aber diejenigen die das geld spenden haben ja selber nichts davon ja genau das ist das interessante daran also wenn wir uns vom homo ökonomikus ausgehen dann ist es total dumm was die menschen da machen genau jeder mensch kann bei uns mitmachen und ein jahr grundeinkommen gewinnen und wer möchte kann auch dafür spenden und wir hatten tatsächlich über ein jahr lang mehr spenderinnen und spender als teilnehmende da stimmt doch was nicht da stimmt nämlich was an der annahme des homo ökonomikus nicht menschen sind gar nicht mit geld so rational wie wir immer denken sondern menschen haben lust teil von etwas zu sein einen unterschied zu machen etwas auszuprobieren auch anderen etwas zu gönnen und wir nennen diese spenderinnen und spender crowdhörnchen die menschen sprechen mich auf der straße und sagen ich bin crowdhörnchen vera danke dass ihr das macht aber eine der spöttischen internet kommentare zu ihrem projekt war er friert die hölle zu als das menschen bedingungslos geld für andere spenden sie haben das gegenteil bewiesen was bekommen sie denn für rückmeldungen von den gewinnern also was machen die mit 1000 euro zusätzlich im monat die gewinner sind erst mal ganz unterschiedlich also vom baby bis zur rentnerin vom obdachlosen bis zum millionärserben vom beamten bis zur prekärbeschäftigten sind alle dabei von csu wähler bis links partei und alle sagen unisono dass sie besser schlafen dass sie weil geld doch ruhiger macht ja und auch wenn sie das geld gar nicht brauchten interessanterweise es gibt viele dabei die sich selbstständig machen es gibt erstaunlich wenige leute die ihren job kündigen von 200 leuten sind es jetzt circa naja zwischen fünf und acht je nach definitionsfrage die aber alle in anderen jobs weiterarbeiten oder studieren oder sich weiterbilden die menschen entwickeln neues selbstwertgefühl weil da plötzlich was ist was sie geschenkt bekommen haben und plötzlich muss ich mich zu diesem geld verhalten ich muss verantwortung dafür übernehmen ich kann es verprassen ich kann es verschenken investieren sparen aber ich muss irgendwas damit tun und das führt zu einer neuen form von eigenverantwortung von tatendrang aber auch von einer neuen form von gemeinschaftsgefühl weil plötzlich muss ich auch mir überlegen was kann ich denn eigentlich sinnvolles damit machen was kann ich denn eigentlich gut was will ich denn eigentlich viele stellen daraufhin ihre ehe infrage weil sie vielleicht weniger finanziell abhängig von partner naja aber entscheiden sich dann interessanterweise fast immer für die ehe und auch für den arbeitgeber weil sie jetzt nämlich die freiheit haben nein zu sagen und dadurch hat es ja viel selbstbestimmteren charakter und sie entscheiden sozusagen aktiv für etwas das führt dazu dass die leute mehr arbeiten aber trotzdem weniger stress haben gab es bisher wirklich niemanden der die kohle einfach nur so verprasst hat ne also das gab es nicht nicht also wir haben nicht mit allen gesprochen weil das ja freiwillig ist aber ich habe mit sehr sehr vielen gesprochen und ich konnte das bisher nicht feststellen natürlich haben sich alle mal ein bisschen luxus gegönnt also der gelegenheitsarbeiter aus dem osten der seit 25 jahren in schlechten jobs feststeckt hat sich plötzlich ein hummer im kdw hier in berlin gekauft weil er das mal ausprobieren wollte weil er sich mal gönnen wollte und es war ein wahnsinniger moment des stolzes für ihn aber interessant ist eigentlich an dem ganzen alle menschen hat es verändert also das vermögen zur selbstreflexion ist gestiegen der selbstwert die gesundheit wir haben zwei menschen deren chronische krankheiten gestoppt wurden weil die existenzängste weg waren all diese effekte haben auch bei den menschen eingesetzt die vorher eigentlich auch schon genug geld hatten und die zum großen teil das geld gar nicht angerührt haben oder nur teile davon das ist was wir verstehen müssen am grundeinkommen dass diese bedingungslosigkeit also die bedingungslose verfügbarkeit von geld für den fall dass ich es brauche die macht den unterschied gar nicht das mehr an geld ein vor das interview mit michael bohmeier initiator des vereins mein grundeinkommen dieser verein verlost monatliche grundeinkommen in höhe von 1000 euro pro kopf dieses geld wird aus spenden finanziert ich möchte gerne noch ein bisschen verstehen warum sie dieses thema grundeinkommen so umtreibt ganz am anfang haben sie das ja sogar auch am eigenen leib getestet das war sozusagen die initial zündung dann für ihr projekt was hat sie dazu gebracht ja ich habe ja schon gesagt seitdem ich 16 bin bin ich selbstständig mit so internet firmen und in der zeit wo andere in kneipen saßen und die jugend verlebt haben habe ich mich mit internet seiten beschäftigt und mit mit finanzierungskonzepten und ende 2013 hatte ich dann einfach mal genug ich hatte gerade auch ein kleines kind bekommen und es war mal zeit irgendwie was neues auszuprobieren ein start-up war auch gescheitert und ich brauchte vielleicht auch mal eine pause und und so hatte ich das große glück dass eine der firmen die funktioniert hat mir monatlich ziemlich genau 1000 euro ausgezahlt hat ohne dass ich was dafür machen musste ich hatte also mein eigenes grundeinkommen zum ersten mal im leben leistungsloses einkommen und das war eine krasse erfahrung für mich weil ich konnte damit überhaupt nicht wie hat sich das angefühlt am anfang schrecklich ja so stelle ich mir das auch vor für mich war das schwierig weil ich bin total getriebener aktionistischer mensch der überhaupt nicht durchatmen und still sitzen kann und ich habe mir dann erst mal einen büroplatz angemietet obwohl ich nichts zu tun hatte ich hatte eine leere to do liste und wusste nicht was ich raufschreiben sollte ich lag im park habe versucht mich zu entspannen das ist mir alles nicht geglückt und erst nach ein paar monaten setzte so ein tiefes gefühl von entspanntheit und ruhe ein und dann setzte so ein neues weltinteresse ein und so ein schaffenstrang und auch mehr gesundheit ich fühlte mich plötzlich viel fitter ich hatte deutlich weniger streit mit meinem kind weil ich auf einmal irgendwie entspannt und ruhiger war das merkt natürlich sofort als erstes das kind ja und dann dachte ich mensch wenn das der effekt vom grundeinkommen ist na dann muss ich ausprobieren ob es anderen auch so geht dass ich einfach nur sein kann weil ich bin das hat da den unterschied gemacht das hat die ruhe gegeben herr burmeier ein fester bestandteil unserer sendung das ist die interview box und da tun wir für jeden gast was rein sie sind uns aus berlin zugeschaltet heute und daher habe ich ihnen was reingetan was sie hören können also erstmal hier die box die steht neben mir und das was ich da reingetan habe für sie das hat mit ihrer biografie zu tun ich öffne jetzt einfach mal und wir schauen mal was da für sie rauskommt so sie haben schon die ganze zeit im hintergrund gelacht kommt ihnen das bekannt vor das lied lustigerweise nicht ich bin ein jahr zu jung um jungpionier geworden zu sein was ich damals sehr bedauert habe weil die haben immer so schöne wandzeitungen gemalt ich habe schon das hemd zu hause probe getragen und hatte mich schon darauf gefreut wurde es dann aber nicht wobei ich heute eigentlich ganz froh bin also es war ein pionier lied der fdj freie deutsche jugend jugendorganisation in der ddr was hat das mit ihnen zu tun naja genau mehr als man vielleicht so denkt das heißt wenn man menschen bist 84 geboren du hast die ddr nicht mehr richtig mit gekriegt aber die menschen blieben ja nach der wende die gleichen und die erziehungsmethoden die einstellung zum leben und ich würde sagen die ddr hat mich schon ganz schön geprägt inwiefern naja weil ich an meinen eltern mitbekommen haben dass sich da einfach viel verändert hat in den frühen 90er jahren dass sie so eine sehnsucht entwickelt haben nach den alten zeiten also die sind mitnichten nostalgiker aber die haben einfach gemerkt früher als nicht alles so gehetzt und getrieben war wie im kapitalismus da war mehr zeit mit den nachbarn da war mehr zusammenhalt da war mehr ja mehr ein gefühl von abgesichertheit und ich habe dadurch als kind im subtext gelernt wow ich finde diese zeiten ultra spannend ich habe lust auch unternehmer zu sein und gleichzeitig habe ich gemerkt dieses system in das wir jetzt da reingerutscht sind das ist wirklich auch nicht der weisheit letzter schuss also man kann sagen ihre ddr erfahrungen haben durchaus was zu tun mit ihrer begeisterung für das bedingungslose grundeinkommen es gibt ja leute die sogar sagen das ist so eine art neuer sozialismus versuch durch die hintertür der da geprobt wird wie stehen sie dazu also so direkt hat grundeinkommen dann doch nichts mit ddr zu tun weil ich glaube das ist das gegenteil davon es ist nämlich eben gerade kein autoritärer ansatz es ist nicht die idee der zwangskollektivierung oder der gleichmacherei sondern grundeinkommen ist halt ein hoch individualistisches konzept weil es halt einen ganz deutlichen fokus auf die freiheit des einzelnen gibt gleichzeitig ist es aber ein sehr egalitäres element es sagt halt bis zu 1000 euro sind wir verdammt nochmal alle gleich weil wir dieses geld zum leben brauchen wir wissen dass jeder mensch dieses geld braucht um würdevoll an der gesellschaft teilhaben zu können warum machen wir es so spannend um herauszufinden ob die leute das schaffen das zu erwirtschaften oder nicht aber es geht schon auch bei ihnen um eine umverteilung von macht und geld ja genau aber eben nicht mit diesen kämpferischen mitteln ihr seid die kapitalisten ihr seid die arbeiter diese alte spaltung funktioniert glaube ich nicht mehr sondern wir erleben das bei unserem experiment zum beispiel können bei uns kinder gewinnen sie hatten mal einen achtjährigen der gewonnen hat genau öfter schon und da kommt plötzlich ein grundeinkommen in die familie in die tasche des kindes und da stellt sich schon die frage verwalten eigentlich die eltern das geld oder das kind also hat das kind mehr geld in der tasche als die eltern oder haben die verwalten die eltern das und sagen wenn du nicht aufräumst kriegst du dein grundeinkommen nicht egal wie die das beantworten im grundeinkommen kommt diese frage dahin wo sie geklärt werden kann nämlich individuell in der familie und grundeinkommen ist so herrlich weil es die machtfrage und alle anderen fragen überall stellt deswegen gutes leben auch mit grundeinkommen erstmal nicht einfacher sondern so komplex wie es eigentlich ist nur wir verdrängen es heute weil wir uns die ganze zeit damit beschäftigen im hamsterrad zu rennen hr info das interview mit michael bohmeier initiator des vereins mein grundeinkommen 1000 euro monatlich für ein jahr gibt es bei seinem projekt zu gewinnen was macht das einkommen mit den empfängern diese frage wollten sie ja bei diesem experiment klären über das bedingungslose grundeinkommen für alle also vom baby bis zum greis wird ja heftig debattiert ich habe mal ein paar thesen zusammengetragen aus der pro und contra debatte und sie sollen mir einfach sagen stimmt oder stimmt nicht hier kommt die erste grundeinkommen für alle ist nicht finanzierbar stimmt oder stimmt nicht stimmt absolut nicht und ist die größte fehlinterpretation des grundeinkommens weil nämlich immer alle denken grundeinkommen heißt 1000 euro mehr für jeden und dann ist das eine billionen euro und unfinanzierbar als völliger quatsch grundeinkommen ist nicht mehr geld sondern grundsätzliches geld grundeinkommen bedeutet nichts weiter als die vereinbarung der gesellschaft dass niemand von uns unter 1000 euro rutschen kann das heißt die die mehr haben denen wird es zum teil verrechnet je nach modell also alle bekommen es aber alle zahlen es auch das heißt die ganz reichen haben je nach modell ein bisschen weniger sogar in der tasche in der mittelschicht haben die leute ungefähr gleich viel und die ärmeren haben ein bisschen mehr also wie das heißt nicht dass steuern steigen würden doch das heißt dass steuern steigen würden aber alle die dann mehr steuern zahlen kriegen eben auch grundeinkommen ab dieser stelle passt wahrscheinlich nicht mehr in dieses radiointerviews gibt mindestens 30 verschiedene modelle die mit unterschiedlichen steuerarten versuchen genau das zu erreichen also einkommensteuer reichensteuer konsumsteuer ressourcensteuer den zahlungsverkehr besteuern das sind nur ein paar beispiele die es gibt aber es klingt trotzdem zu groß um es wahr machen zu können na natürlich ist es schwer es wird sich jetzt in den nächsten jahren herausstellen was eine gute strategie ist um dahin zu kommen aber ich glaube gerade ist es wichtig mal das ziel zu formulieren also wir haben auf eine art ja schon ein grundeinkommen heute mit hartz 4 allerdings ist das alles andere als bedingungslos da gibt es ja die sanktionen also die kürzung als bestrafung also die kürzung des existenzminimum teilweise bis auf null und diese androhung einer kürzung des geldes was ich zum leben unbedingt brauche das verändert die ganze verhandlungsbasis zwischen jobcenter und betroffenen und deshalb haben die leute angst davor werden stigmatisiert bis zu einer million menschen arbeiten vollzeit obwohl sie anspruch auf hartz 4 hätten weil sie so wenig verdienen aber aus würdegründen gehen sie nicht zum jobcenter und grundeinkommen wäre die idee jeder mensch kriegt dieses hartz 4 geld sozusagen in dieser höhe aber kriegt es einfach als vertrauensvorschuss überwiesen ohne dass man da sich irgendwie nackig dafür machen muss alle nennen immer das beispiel von 1000 euro im monat aber das reicht doch so gerade eben um das existenzminimum abzusichern das müsste doch eigentlich viel mehr sein und dann wird es wahrscheinlich doch schwieriger zu finanzieren sein ne dann betrifft es nur mehr menschen die etwas mehr bekommen müssen also so ein existenzminimum sollte heute wahrscheinlich bei 1200 euro liegen und dann gibt es natürlich noch regionale differenzen also das muss dann die politik verhandeln was der exakte betrag ist und grundeinkommen heißt ja auch nicht dass die leute nicht mehr arbeiten gehen sollen das wird ja fälschlicherweise immer dargestellt dass grundeinkommen und arbeit irgendwie zwei unterschiedliche sachen sind aber das ist überhaupt nicht der fall also im gegenteil ich glaube wenn man nicht mehr muss sondern das tun kann was man gerne macht dann arbeitet man viel besser und viel mehr zumindest zeigen das auch unsere experimente und deshalb soll derjenige der irgendwie in saus und braus leben will doch gerne sich auch noch was dazu verdienen ist doch ein tolles prinzip aber es gibt eben auch manche oder sehr viele die arbeit leisten die nicht entlohnt wird die aber die gesellschaft zusammenhält nämlich die mehrheit aller arbeitsstunden ist unbezahlt das ist so familienarbeit pflegearbeit erziehungsarbeit das sind die sachen die unser leben schön machen die werden heute gar nicht bezahlt und sind im öffentlichen diskurs offenbar auch überhaupt nichts wert und das wäre schon mal eine verbesserung für diese menschen weil die müssten dann nämlich nicht mehr um ihre existenz bangen sondern könnten die sache mit noch mehr herz vorantreiben nächste these wenn alle grundeinkommen kriegen möchte keiner mehr die unbeliebten jobs machen stimmt oder stimmt nicht das kann sein dass das passiert wir haben einen gewinner der hat im call center gearbeitet und der hat dann nach weißlicher überlegung dort gekündigt und das kann jetzt verschiedene konsequenzen für die gesellschaft haben das heißt dass unangenehme jobs wie gehen wir mal davon aus dass das toiletten putzen ist dann muss das besser bezahlt werden damit es sich für die leute lohnt das wieder zu machen aber dann kriegt der preis der sauberen toilette wird dann endlich realistisch weil uns ist es wichtig dass die sauber sind aber wir zahlen heute nichts dafür weil leute mit ihr ihrer existenz davon abhängig sind dass es diese jobs gibt wenn die leute den jobs jetzt nicht mehr machen müssen dann könnten sich die arbeitsbedingungen verbessern das könnte aber auch dazu führen dass es so teuer wird diese arbeit dass es sich früher lohnt sie zu automatisieren nächste these grundeinkommen heißt aber abschied vom sozialstaat jeder bleibt sich selbst überlassen stimmt oder stimmt nicht stimmt auch nicht und nervt mich mittlerweile richtig weil immer gesagt wird ja grundeinkommen kostet eine billion euro wir können den sozialstaat komplett abschaffen dann können wir uns grundeinkommen leisten die modelle die es zum grundeinkommen gibt sehen da ganz anders aus es gibt solche modelle aber man muss nicht den sozialstaat abschaffen man kann natürlich viele leistungen wie hartz 4 bafög kindergeld elterngeld alles solche sachen die sowieso durch ein grundeinkommen aufgelöst werden dann weg das braucht man ja dann auch nicht mehr aber man wie gesagt ein grundeinkommen heißt ja nicht zusätzliches geld unbedingt ein grundeinkommen heißt ein grundsätzliches geld auf das ich mich verlassen kann unter den dass ich unter dieses level nicht sinken kann und deswegen ist es zum beispiel nach modellen der spd aber auch der links partei und zukünftig vielleicht auch von den grünen total denkbar dass wir einen vernünftigen sozialstaat haben denn manche leute haben nun mal einen höheren bedarf als nur 1000 euro zum beispiel mit einer behinderung die sollen natürlich das auch weiterhin bekommen oder manche sind krank und können nicht arbeiten selbst wenn sie wollen ganz genau also nicht dass wir heute besonders pfleglich mit denen umgehen würden die kriegen ja dann meist auch nur grundsicherung und ein grundeinkommen wäre ja im idealfall noch ein bisschen höher also es ist möglich ein grundeinkommen und einen sozialstaat gleichzeitig zu finanzieren je nachdem welches grundeinkommens modell man anlegt wir sind ja in der ard themenwoche gerechtigkeit diese woche dazu kommt jetzt meine letzte these das bedingungslose grundeinkommen ist sozial gerecht stimmt oder stimmt nicht ja würde ich sagen es ist gerecht es ist ein bisschen gegen unsere intuitive vorstellung von gerechtigkeit absolut ja ja wir haben heute so stark die idee man müsste sich so eine sozialleistung verdienen also oder jeder muss sich irgendwie beweisen damit er würdevoll überleben kann und das setzt grundeinkommen aus grundeinkommen sagt quasi wenn wir jetzt alle sterben und morgen wieder geboren werden und nicht wissen in welcher gesellschaftlichen schicht wir wieder geboren werden wissen wir dass von uns allen die existenz gesichert ist also das halte ich für sehr gerecht aber es gibt ja auch immer leute mit so einer null bock einstellung die wollen gar nichts machen die wollen auch nichts für die gesellschaft tun was sagen sie denen die das unfair finden dass sie diese anderen mitfinanzieren müssen das wird ja durchs grundeinkommen nicht besser ja aber auch nicht schlechter ich weiß nicht ob es diese menschen gibt vielleicht gibt es die aber ehrlich gesagt die werden auch heute keinen bock haben und die werden erst recht keinen bock haben und auf stur schalten wenn da ein sozialstaat ist der die ganze zeit irgendwas von ihnen fordert und ihnen sie mit bürokratie voll donnert und ihnen die ganze zeit mit erhobenem zeigefinger sagt sie handeln nicht richtig und wir haben mehrere beispiele unter unseren gewinnern leute die dem system und deutschland schon den rücken gekehrt haben die drohten in radikale gefilde abzurutschen die plötzlich mit diesem grundeinkommen gemerkt haben krass die wollen gar nichts von mir na jetzt werde ich es denen mal zeigen und dann fangen die an sich selbstständig zu machen dann fangen die an ihre letzte oder nächste chance zu nutzen und werden so ob sie es wollen oder nicht wieder ins system integriert also ich glaube dass wir deutlich weniger leute mit grundeinkommen finden die vermeintlich keinen bock haben ich sehe schon sie halten sich sehr an den positiven beispielen fest man merkt auch schon sie sind sehr leidenschaftlich bei dieser sache dabei wenn man sie deswegen als spinner oder träumer belächelt wie gehen sie damit um ach das kann man ja ruhig machen also vor vier jahren als ich das projekt gestartet habe da war mein grundeinkommen und unser projekt immer so in der rubrik sonstiges das war so der berliner spinner der damals auch noch keine frisur hatte typisch und hat sich für so eine verrückte idee eingesetzt heute wird in allen parteien dieses thema behandelt weltweit es gibt pilotprojekte es ist die einzige das hat sich in einer volksabstimmung schon dagegen entschieden vor zwei jahren ganz genau 70 prozent haben dagegen gestimmt ja oder auch fast ein viertel dafür was phänomenal ist für so eine idee die unser ganzes gesellschaftssystem in frage stellt und nach vorne bringt es ist eine große idee geworden und ich glaube jeder der sich schon länger damit beschäftigt hat merkt da ist was dran ob es jetzt genauso in die umsetzung kommt wird sich zeigen aber ich glaube es ist keine verspinnerte idee sondern es ist eine extrem smarte eingriff in unser system denn wir haben fundamentale herausforderungen in unserer gesellschaft wir haben den klimawandel bei dem wir merken wenn wir nicht einen radikalen verzichten unseren konsumgewohnheiten üben dann wird dieser planet vor die hunde gehen sehenden auges aber sobald mal jemand vorschlägt dass wir ein bisschen weniger konsumieren rasten die menschen aus ich denke da an den veggie schnitzeltag der grünen gleichzeitig erleben wir bei unserem grundeinkommen wenn die menschen bedingungslos das geld kriegen dass die so innerlich zur ruhe kommen und plötzlich merken ich muss gar nicht mehr so viel quatsch konsumieren und damit auch fürs klima eigentlich was gutes tun weil von innen eine veränderung stattfindet können sie im außen anders wirken und ich glaube das ist das clevere am grundeinkommen es setzt den hebel an einer anderen stelle ein es versucht nicht den vermeintlich rationalen menschen durch ökonomische anreize irgendwie zu etwas zu bewegen was man für richtig hält sondern es sagt einfach hier du hast was du brauchst geht ein bisschen mehr ins vertrauen und gibt eigentlich dem guten was im menschen steckt viel mehr raum sich zu entfallen wie sehen sie sich denn eigentlich selbst als so eine art sozialunternehmer philosoph oder revoluzzer wie würden sie sich selber einschätzen ich bin neugieriger ich bin ein entflammter einer der lust hat herauszufinden auch wenn das jetzt hier vielleicht so euphorisch klingt ich bin mir selber nicht ganz sicher ob ein grundeinkommen die super lösung ist dankeschön ich habe nicht gut ich bin der idee gegenüber wohlwollend und versuche sozusagen durch unser experiment und auch die die wir zukünftig machen werden selbst mir zu widerlegen dass es eine gute idee ist und bis das nicht widerlegt ist würde ich sagen lass es uns doch wenigstens mal ausprobieren und mal denken und uns die denkanschlüsse davon mitnehmen träumen darf man ja dankeschön michael bohmeier vielen dank gründer der initiative mein grundeinkommen infos zum thema und den podcast dieser sendung finden sie auf hr inforadio.de und in der ard audiothek das war hr inforadio.de das interview mein name ist mariella milkova